Na Junge, findest du das cool oder was? Mich zu ziehen! Und wenn jemand weiß, ob man da noch herkommt irgendwie, wenn er die Karte kennt hier von T-Worlds, dann sagt es mir mal bitte, bitte, sagt mir das, weil das ist für mich sehr interessant, weil alle heizen da irgendwie rüber und ich stehe hier nur auf meiner Einkarte Oh, ja. Dankeschön. Ja, ohl, du bist ein Bastard. Ja, hier ist auch Capture-Fleck, wie man sieht, dass man die Flagge einholen kann. Und dementsprechend da auch hin. 1-G-1, 1-G-1. Mann, Junge, was will er denn? Er holt sich so eine Scheißgranate, Mann. Fick dich! Ich bin da dann... ...haben illustrativ gesetzt dran. Ja, so ist es. Ja, Junge, ich bin doch noch gar nicht fertig, du! Keiner Bastard. Entschuldigung. Ich hoffe, dass mit dem Sound ist auch relativ in Ordnung, weil ich hab hier... ...ich hör mich selber, aber dementsprechend, äh, nur leiser, auch weil ich den Ton selber auch leiser hab. Oh, der war schlecht. Oh, der war schlecht. Yo, Bam, 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 sag ich dazu. Yo, ciao, würde ich sagen. Und ich bin in ein Herzen hier. Abitur! Yo, chillig. Geht doch. Geht doch. So, jetzt hab ich noch ne Laser endlich mal. Die soll irgendwie extrem geil sein. Nein! Ich bin so dämlich! Es gibt sich... Ich bin gerade gespawnt! Und wird schon direkt wieder eins aus dem Maul gehören. Also, da bleib ich echt ruhig, aber bei solchen Spielen die regeln mich echt auf. Die sind Leute, die meinen hier, die das Tod suchten... Tod suchten? So, doch, nur noch auf hab ich's nicht. Ja, ich hab natürlich nicht viel auf Mond gehabt, das ist klar. Das ist klar. Aber ich bin nicht der schlechteste, kann man dazu sagen, wie man da ins Netz sieht. Wenn ich, äh, gar nicht nur so schlecht, also ich bin jetzt auf der Zauber. Ich würd sagen, äh, tut drauf, Mann, von daher. Jo, ich muss mir erst mal meinen, äh... Boah, Junge, echt. Ja, Junge, ich will oder? Da, das drei Mal! Was soll das? Ja, er guckt mich an hier. 3 Euro, Mann. Ja, das ist natürlich blöd, ne? Wenn so ein krasser Nupier, ich... um die Häuser ziehen. Die haben alle ein bisschen Angst vor mir bekommen, oder? Hä? Junge, was soll das? Ich klicke einmal und... Ey, das ist die schlechte Hardware. Ich hab doch ge... Geh doch. Das ist ja ein Backewesen oder meine Maus wäre irgendwie... Ja, du spinnst. Man meinte mir hier im Ernst, äh... Nun, was ist denn da? Da ist doch gar nichts. Also... Komisch. Alle heizen da mal rüber. Ja, cool, Mann! Viel zu lustig, ja? So, wieder ne blaue. Ah, natürlich der Tod. Ja, Freunde. So sieht's aus hier, ne? Es ist... Es ist einfach lustig. Hehehe.